Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen geselligen Runde Let's Play Fit The Beast Minecraft mit AK Free First Oh mein Gott Aua Sorry, sorry Siehst du, diesen Knochen hast du mir gebrochen Das tut mir leid Mist, ich hätte Bohnmiel dir geben sollen Stimmt, das wäre der Effekt besser geworden Aber egal Wir haben in der letzten Folge das hier alles geschafft Und oben auf dem Dach haben wir ein Solar Array Und ich mache jetzt geiles Zeug Oh yeah Geilen Stoff Oh, geiler Stoff Brauchen wir eigentlich isolierte Kabel unbedingt? Ja, weil ohne isolierte Kabel du kriegst Stromschlag Geil Will haben Du kannst die Kabel noch im Nachhinein isolieren, gell? Äh, ja Ich muss es ausprobieren Kannst du mir bitte mein Zeug wieder hin Aua Hab ich schon Nein, äh, mir fehlen die Covers Ich habe keine Covers, doch, ich habe Holzcovers Da liegt vor mir rum Okay Jetzt hast du es wieder eingesammelt, glaube ich Nein Nein Boah Okay, also die Regalwände sind zwar geil aus Kommst du doch irgendwann jetzt endlich mal Ja Zack, so Man kriegt da gar keine Stromschläge, verarsch mich halt Ach klar Der Generator läuft auch nicht Der Generator läuft auch nicht Warte Warte Warte, ich brauche irgendwas zum Einschmelzen Aluminium, Copper Halte, 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 ich habe was für einen Meserator Ich auch schon Ja, wie das aussieht Und ich krieg nichts Das brauchst du nur bei höheren Stromstärken Das da ist jetzt ja noch Low Level Höher meins Das hier ist ja noch Low Level Strom Das hört sich an wie Wolle, wenn man das hat, Bobbrenker aus Ja, eben Du musst mit deinen Covers hochkommen Mit zwei von Baumstämmen aber Ja Siehst du, du kriegst keinen einzigen Stromschlag Ja, schade Aber warum Schade Ja Es ist schade Wir brauchen jetzt schon zwei Zweimal zwei So Okay Jetzt ist schon fast die komplette Dekko Eins höher gemacht Und ich habe Stücke aufhörgert Was ist so Was ist so Was macht man eigentlich mit diesem komischen Zeugs da? Hä, wie isoliert man denn Kabel nach? Äh, ein Kabel reinlegen und ein anderes Ding reinlegen Heavy 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 Äh, äh, wirf mal her Achso, ich kapier's Also, du musst da oben jetzt Covers hinsetzen, endlich Sonst sieht's scheiße aus Was? Wo, wo Covers hinsetzen? Ja da oben, bei meinem, bei meinen Kabels Stimmt ja, da waren wir ja mitten am Werk Und nein, scheiße, ich kann die ja nicht setzen Man muss die nach außen setzen Man muss die nach außen setzen Aua Ich weiß nicht Man muss den Baumstamm dann nach außen setzen So wie die untere ist Äh, okay Ja Äh, ich hab keine solche Kabel aus, oder? Doch, da hab ich levers Fayste Und da habe ich festgestellt Äh, wir brauchen mal, erstell mal eine Ranch ab und so Dann schraubens Marianne Ranch. Aber die wird nicht übersetzt. Also, ein Ranch. Nein, das kann man da wirklich nicht hinsetzen. So ein Dreck-Krotz. Trotz der Dreck, ja? Ja, komm schon. Da? Da? Trotz der Dreck. Nein! Damn. Sorry. Ah. Alter. Alter. Damn. Was ist das? Damn. 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 Und ich hab schon wieder eine Folge in meiner Professionalität vergessen. Was hast du vergessen? Überzustellen. So, sagen wir jetzt noch 12 Minuten, dann habt ihr wieder ein bisschen lange Verfolge. Und endlich mal. Und mit der... Ich brauch noch mehr so Covers. Hast du noch welche? Ich hab fünf Stück mehr. Und da sind auch noch welche! Ich hab' noch nicht drin. Oh! Oh! Ich bin davon, das dürf. Oh! Ich hab' noch nicht drin. Oh 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 die ist schon 20.000 aufgeladen Copper und einmal 10 Das ist das einmal einfach so BAM Copper, 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 Dust Dann hier 15 rein, hier 15 rein So, oh Gott da sind wieder nur 3 Kohle drin, die Kohle geht, du Sau Da, hier würde ich noch eine Bad Box hin tun Da Also ich habe die Bad Box jetzt oben hingesetzt, wohlgemerkt Aber noch eine hin, weil nachts über haben wir ja keinen Strom und damit da noch ein bisschen Strom für nachts ist, sollten wir da Das Problem ist, ich brauche noch Copper Ja, ich schmelze doch hier gerade ein Ich brauche Ich brauche Tin, wo ist Tin? Hast du Tin? Nein, habe ich nicht, doch habe ich Sogar soviel, aber ich gebe sie gleich, warte Oh, danke Die gebe ich doch immer gerne So, Tin Zack ist schon angeschlossen So, so 4 Bronze Ich frage ob wir den Generator dann noch brauchen Obwohl doch für Notzeiten schon noch Ich würde dann hier noch die Bad Box hin stellen Zack, 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 zack Range Sehr nice Ja, ja Da runter halt Da rein Genau da hin Da, 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 da Da, wo ich weggemacht habe So, also ich habe jetzt nur Range Alter, ist es teuer diese MFSU Mhm, so Zack Ach, ich glaube wegen Regen Diese Energy Crystals sind teuer wie Sau Das ist Das ist Das ist jeweils ein Kristall Ich weiß Okay, jetzt im Moment produziert unser Solarary nichts Nicht? Also bei Regen produziert es nichts Ja, das ist scheiße Das müssen wir uns merken Aber wir haben ja noch ein bisschen was Ja Jetzt, äh, lass uns mal schlafen Ah, ne, können auch nicht Wie hier einfach nur eine Reitung durchgeht Gut, Plankawa, kann ich das hier nicht? So Ah, okay, gut Ja, dann kann ich das verstecken Äh, ah, ne, warte Ähm, hast du noch Covers? Wood Plank Covers? Wood Plank oder Wood? Außerdem bau ich hier mal bitte die Türen wieder hin Ja, das sollen eigentlich gar keine Türen sein Hm Du willst unten keine Türen haben? Außer wo ist eigentlich jetzt unser Abgang? Nee Abgang, Aufgang, tralalalala Ja, den mach ich nachher noch hin Ähm, auf jeden Fall hier oben ist das schon mal richtig angeschlossen Oh, nein, nein Ist das jetzt wieder da? Ja, okay Zodela Jaa 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 Da vorne, da davor Mit dem Anschluss nach hinten Mit dem Anschluss nach hinten Dann können wir hier sogar noch 2 hinstellen Quasi da Jaa Aua Sorry, das war ein Stromschlag Das weiß ich nicht Haben wir noch die Ruby Herzo? Eigentlich Hallo Jaa Keine Ahnung Ich hab noch eine Jaa Ich hab's ja Hab's aufgenommen? Ja Jaa Nein, ich hab keine Musik im Hintergrund Ähm Verdammt Okay, dann Ruby Herzo Verdammt Woodenplankstrip gibt's ja auch Cool Äh Was wo Woodenplankstrip? Äh Äh, wie? Hast du keine Ahnung Guck hier einfach so eine Pommes Was? Jaa Ja, das weiß ich Was wollte ich denn jetzt machen? Verdammt Hä, die sind dicker, oder? Jaa Ich hab hier dicke Aber ich kann die doch nicht Keine Ahnung Doch, du kannst sie mehrmals schneiden Jaa, ist schon klar Aber da komm ich nur Strips raus Nein, nein, nein Du musst sie immer übereinander machen Um zu schneiden Und dann Strips Ah, nein Du musst sie schräg schneiden Ah, nein Es gibt auch noch dünnere Strips Schau her Da ist Strips in der Luft Ja, hat's gesehen Sooo Und da hin Okay Gut, dann haben wir die Electricity Schön verpackt Aber die da oben würde ich weglassen Und da bin ich jetzt Warte kurz, lass es mal Das ist der Generator Okay Und da weg Lass dich doch mal da drauf, Mann Jaa Jaa Okay Ponce, Copper Ponce Branch Chest Plate Gold Und da und da und... Schon ja bei allen anderen sieht man vorne dran, ob sie laufen oder nicht Außer bei dem da Iron Chest, ich mach nur eine Iron Chest Und da und da gibt es noch eine Iron Chest Du bist weggegangen davon. Ich hab's ja gemacht. Übrigens, man kann ja auch so ganz kleine Punkte machen. Da sind noch aber Iron und Chests und so weiter. Hab ich jetzt eingesammelt. Noch zwei Chests und vier Iron-Wounds. Zuck. So. Ah, endlich mal hier wieder aufgeräumtes Inventar. So. Schau mal, ich kann da was hinmachen. Punkt. Da ist ein Punkt. Ich brenne, ich brenne. Du brennst gar nicht. Alter, wenn du es hier aus jetzt brennen würdest, ich würde dich schon brennen. Eine Frage, kann man die Kavers hier anzünden? Oh, ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zünden. Alter, mach jetzt echt mal Feuer daneben, und du hast wirklich die Chance dazu brennen. Weil dann hätten wir ein unentflammbares Haus. Ja, haben wir. Mein Feuerzeug ist kaputt. Nein. Das kommt raus. Da. Da schau dir sich mal an, wie das aussieht. Genau, jetzt muss ich nicht raus. Oh, ich bin so geil. wie geil das aussieht. Keine... Hey, hey! Zack, 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 zack. Ja eben, das ist das Witzige, du kannst auch Erdcovers machen. Mhm, das wusste ich gar nicht. So, du schmeißt die auch immer weg. Ja. So, okay. Jetzt kommen wir in der Wehr raus. Aber schau mal. Äh. Los, spiel Musik. Ah no. Ey, das geht nicht. Automat ist kaputt. Ja, sieht okay aus. Ja, passt. Vielleicht hier vorne. Hier so dran. Hier vorne auf die Leiste. So ein Ding da. Ja. Ja, das sieht ja mal übelst geil aus. Ha. Und da kann man jetzt wieder ein Ganzes davor machen, weil da sieht man ja vorne nichts. Und da dann wieder nur Strips. Äh, mach mal hier. Äh, gib mir an einem einen so'n Strip mal bitte. Strip einmal für mich bitte. So. Nein. Achso, du willst da noch einen hin machen, oder? Ja. 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 In wem findest du das, also. Wir können ja auch die gesamte, halt nein, da muss noch einer hin, weil sonst sieht scheiße aus. Ja. Da ganz drüben auch. Okay, so. Nice, gell. Ha, 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 ha. Und auch noch 35 Sekunden, ne. Jo, dann haben wir jetzt wieder ordentlich was geschafft in dieser Folge. Moment, wir müssen die Tint, die ja noch fertig meserieren. Meserative. Nein, was muss man denn? So, Copper. 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 Ähm, Generator. Au, hast du jetzt schon verbunden? Ich hab mal die Verbindung getrennt, weil sonst geht unsere Badbox oben leer. Weil im Moment benutzen wir ja noch den Generator. Und jetzt ist die Zeit um. Jetzt hab ich das Vibringen gehört. Oh, okay. Ja, mein Handy liegt auch direkt neben dem Mikro. Neben seiner stylischen Kamera. Moin, ich hab noch was zum Meserieren. Meser, Meserator. Äh, wenn ihr übrigens bemerkt, dass zwischen den Folgen auf einmal hier alles fertig ist im Ofen, äh, falls wir was am Anfang der Folgen... Wir lassen den Server teilweise laufen. Wir lassen den Server laufen und deswegen äh, wenn, gehen die Sachen fertig. Gehen, fertig, Kalter! Alter, hörst du auf? Nicht mich schlagen, ich hab ganz wenig Leben. Einen Cockboard-Job. So, Copper Cable, Copper Cabana Cable. Ähm, dann werde ich mich nächste Folge mal mit einem Feld beschäftigen, denke ich. Wie wie bei einem Feld? Ja, so ein Feld halt, Betreidefeld. Du bist unsichtbar, da bist du. Sehst du mich? Ja. Aua, warte, ich bin gleich tot. Ähm, das kommt noch da oben ran zu dem. Da, die kommen auch noch da rein. So, okay. Und du baust als allererstes nächstes Mal den Aufgang. Ja, ja, mach ich. Okay, dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit unserer geilen Zeile hier. Übel, das sieht übelst geil aus, muss ich echt sagen. Haben wir gut gemacht, du, vor allem. Ich hab mich ja nur... Ja, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass ich nur oben diese Strips mache, als so Festhaltestange oder sowas. Mhm. Ja, können wir ja in der nächsten Folge gucken, wie wir's machen. Und, jo. Dann, war's das für die Folge. Auf Wiedersehen. Genau, bis nächste Folge. Ciao, Leute. Jo, ciao.